Billfinger Die Billfinger Maintenance GmbH ist für Münzing in einem sogenannten Value Performance Contract tätig. Also hat der Kunde ein Rundumpaket. Alles was nicht Kerngeschäft bei ihm ist, also Produktion, übernimmt Billfinger für den Kunden. Die Mannschaft hier vor Ort umfasst zehn Leute. Je nachdem wie hoch der Arbeits- und Leistungsumfang ist, können es bis zu 20, 30 Leute vor Ort sein, um die Tätigkeit nahe auszuführen. Wir arbeiten mittlerweile seit neun Jahren mit Billfinger zusammen. Billfinger leistet für uns ein Full-Service-Angebot, was Wartung, wiederkehrende Prüfung, Instandhaltung und auch Investitionsprojekte angeht. Billfinger hat dazu eine Werkstatt bei uns am Standort und kann sich natürlich bei Bedarf durch weitere Spezialisten oder auch helfende Hände aus den Zentralwerkstätten aus Mannheim verstärken, was uns sehr hilft, weil wir als kleines mittelständisches Unternehmen nicht die Möglichkeit hätten, ständig so viele Handwerker und Spezialisten vorzuhalten. Wir haben hier zunächst einen Condition-Based-Instandhaltungsvorgang. Wir haben in diesem Fall einen mobilen Sensor angeschlossen. Sobald ein Schwellwert überschritten wird, gibt es eine automatische Benachrichtigung an den zuständigen Instandhaltungsleiter, der dann aus dieser Meldung einen Wartungsauftrag generieren kann, diesen einem Mitarbeiter zuweist, alle nötigen Informationen mitgeben kann und dann an der Anlage die nötigen Tätigkeiten, in diesem Fall das Austauschen eines Filterelementes, weil hier ein Filterelement eben gerissen ist und der Differenzdruck abgefallen ist, tauschen zu können und im Anschluss wieder in Betrieb zu nehmen. Dieses Ganze hat den Vorteil, dass man relativ schnell und ohne dass jemand ständig überwachen muss, die Fehler mitbekommt und auch zügig im Sinne des Kunden reagieren kann. Die Zusammenarbeit mit Münzing ist eine sehr partnerschaftliche und flexible Zusammenarbeit, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Wenn es mal ein Problem gibt, finden wir immer eine Lösung, meistens auf einem ganz, ganz kleinen Dienstweg. Es ist quasi eine Zusammenarbeit wie unter Kollegen. Es macht keinen Unterschied, dass wir eine unterschiedliche Arbeitsjacke tragen.